war zunächst manöver wenn wir schon beim fluchen sind auf zur verfluchten manövernote bei schöner musik von kevin mcleod und ich werde auch wieder gesprächiger jetzt kurz vor dem ziel denke mir da wird nicht mehr allzu viel schief gehen jule im hintergrund wir sind doch relativ weit weg von jule wir sind auf der nachtseite nachtseite finde ich mega uncool mega uncool ob der baumeister hat die taschenlampe vergessen und ich brenne gnadenlos mit dem time war über die note ins nirvana jetzt so nahe wo es dann doch eine rolle spielt ich spiele auch wieder komplett im dunkeln das thema hatten wir des öfteren letzte aufnahme hatte ich nicht gemacht jetzt nicht haben wir es schon natürlich nicht wir müssen zehn sekunden stabil sein glaubt er nicht ja ja glaube ich also da ist er schon da bin ich ein bisschen enttäuscht das sollte schon genauer gehen das war jetzt schon wieder ich erinnere mich da an einen kontrakt wo wir schon eine ganze weile gebraucht haben bis wir das genau eingestellt haben so was haben wir denn first flyby of bob we have entered the first scientific data from bob we have entered orbit bob ein paar milestones können wir gut gebrauchen und so willkommen zurück es gab eine kleine aufnahme unterbrechung war mal kurz offline es ist hier was vorgefallen was nicht schlimm ist allerdings muss ich unterbrechen ohne ins detail gehen zu wollen bisschen aus bin ich wo waren wir stehen geblieben ich wollte auch noch habe nebenzu dann noch geschaut ob sie irgendwo das easter egg gibt beziehungsweise ob wir es hier von oben sehen können bin mir da nicht sicher könnte jetzt auch auf der schatten seite sein kann aber auch sein dass wir jetzt schatten das sieht man gar nichts sollten dringend mal hier rum und folgendes machen ich mach mal folgendes manöver es kostet uns so gut wie gar nichts es ist so ein gilli gilli verschnitt und deswegen gleich mal hier warp to next manöver ich könnte jetzt natürlich auch ins space center schauen Mist dass ich das nicht vorher gemacht habe bevor wir die aufnahme jetzt nochmal begonnen haben hier ist irgend ein Viech im raum das kann ich nicht lustig finden in einem dunklen raum irgendein Insekt was sich urplötzlich dann auf meinen Hals oder Rücken setzt finde ich nicht so prickelnd ich habe jetzt per se keine angst vor Insekten oder Tieren also außer lebensgefährlichen Tieren ich finde da ist es auch angebracht dass man Angst hat Angst oder Respekt das ist Definitionssache ich muss sagen ich habe da schon ein bisschen Angst ich hänge nämlich am Leben und so ein Alligator oder so der wenn mir am Knöcheln nagt da kann man nicht mehr nur von Respekt sprechen sondern das ist die pure Angst die dann ähm einen trifft ich habe Angst wegen dem Time Warp auch ich habe eigentlich nur Angst es erinnert mich an Simpsons wo der Tod zum Grandpa Simpson kommt und sagt wovor hast du Angst alter Mann und dann sagt er was ist das zum Geier das könnte ja auch ein Easter Egg sein ich glaube da möchte ich Lampen finde ich cool wir machen mal folgendes wir können nicht allzu großen Orbit ähm Time Warp machen allerdings reicht er mir aus es ist nicht Gilly mäßig wir machen folgendes wir ich weiß auch nicht warum ich hier diese Manövernote wir haben absolut genügend mehr als genügend an Treibstoff ich manövernote fetzt umher ich gehe da jetzt auch gar nicht ganz runter ah das interessiert mich schon ich glaube da landen wir mal da habe ich jetzt schon Lust und Moment können wir den Science Daten übertragen Lock Temperature High Over bitte was High Over Bob ok kann natürlich nicht funktionieren Review High Over Bob sollten wir mal senden dann ist es nämlich weg ist gut und das bedeutet wir können hier mal rüber warpen dreht der sich überhaupt haben wir da irgendwie eine Chance dass wir da jetzt auf der Nachtseite irgendein Easter Egg abgreifen ich glaube nicht es dauert ja ewig dauert wirklich ewig deswegen einfach mal folgendes was ist wenn wir hier ein Manöver hätten und das mal hier machen Fliege ich habe schon das Gefühl dass es keine Fliege ist die hier rumschwirrt so ich bin mir da nicht ganz so sicher ich bin mir da nicht ganz so sicher sollten wir hier nochmal den ich sehe es nicht richtig danke so in einer Minute können wir aber auch sofort starten und ich wollte schon wieder so viel erzählen ich wollte irgendwas sagen ich weiß es nicht mehr we have added into the suborbital space right above Bob ok ich weiß es nicht mehr es wäre eine Menge zu erzählen oder auch vielleicht nicht eine Menge sondern ein zwei kleinere Fakten die ich jetzt vielleicht sogar und auch durch die Aufnahmeunterbrechung auch nicht mehr habe so ich glaube ich möchte ein bisschen höher gehen ach du scheiße jetzt gehen wir auf die Richtung zu ja dann möchte ich in der Tat höher gehen in der Tat möchte ich höher gehen ach das ist doch ärgerlich dass wir jetzt hier genau andersrum kommen so wo sind wir da unten hat sich jetzt gerade der Navball gedreht kann das sein Thema Navball gutes Stichwort ich habe es ja erwähnt ach nö ach hör auf es geliebt es geliebt es geliebt ich hätte es wissen müssen ich hätte es wissen müssen wir können aber mal folgendes machen wenn wir hier drüber fliegen run pressure day near Bob oh oh gefährlich wo ist die Sonne da grad noch gut gegangen und temperature ja genau super gut gemacht so wünscht man sich wir müssen folgendes machen wir müssen leider 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 den Timebob bemühen und mal hier die Alarmglock ausschalten die stört mich schon die ganze Zeit to data to data kann ich mal einen Schluck trinken noch Thema Navball vielen Dank dass ich es endlich jetzt mal erzählen kann wenn wir jetzt hier auf den Strom warten ich war ja die ganze Zeit auf dem Holzweg und ich habe es schon vor 3-4 Folgen 5 Folgen gesagt dass ich mich da mal ein bisschen informiert habe was es mit dem Navball denn auf sich hat und es ist so dass Norden beziehungsweise 90 Grad zu Norden ist immer Osten und 180 Grad ist ja klar ist Süden Vorsicht hier Biome Peaks und 270 Grad sind also Westen und das muss man natürlich wissen dass diese Seitenverkehrtheit von wenn Norden oben ist ähm was mir dann eben bei Minmus und ein ums andere Mal jetzt eben schon mal passiert ist dass ich dann gedacht habe ich fliege Richtung Nordosten dabei bin ich Richtung Nordwesten geflogen und das erklärt natürlich einiges ich mach mal folgendes mach mal folgendes ist ja nicht die Wucht ich hätte nicht klicken sollen 14,45 bin mir da nicht so sicher ob wir das überleben werden so und während wir da ums überleben fliegen kann ich auch noch erzählen es steigt weit sieht aus als würden wir crashen krass während wir da ums überleben dann sehr geil während wir während wir wir crashen und dann wie kann das sein Leute alter Schawotzki habt ihr das gesehen und das ganze straft mich Lügen nennt mich egal wie das kann nicht sein wir hätten es so aufs Maul bekommen aber richtig absolut richtig hätte ich jetzt hier nicht voll Stoff gegeben und hätten wir nicht so Power auf dieser kleinen Engine auf diesem kleinen kleinen Ding krass ober krass dabei hat es mir doch hier angezeigt dass hätten wir mehr als genügend Platz ich bin sprachlos liebe Freunde ich bin sprachlos jetzt wird hier gelandet und zwar richtig jetzt weiß ich erst recht nicht mehr was wir erzählen sollen ich bin stolz auf mich dass ich das jetzt gerade noch rumgerissen habe vor allem wir hatten wie gesagt so gut wie keinen Saft Note in einer Stunde 23 Minuten ich weiß überhaupt nicht mehr was ich erzählen wollte mit dem Nuffball war vielleicht abgeschlossen wenn ich jetzt hier die Biome sehe das wird auch noch im neuen Update kommen anscheinend kann man wirklich die Oberfläche scannen unter anderem eben auch nach Easter Eggs man kann dann wirklich die Oberfläche abscannen und dann zeigt es einem ein Fragezeichen an und wenn man da runter geht dann entdeckt man irgendwas das finde ich sehr cool somit macht es auch Spaß die Easter Eggs zu finden weil ansonsten ganz ehrlich schaut euch an ich habe noch kein einziges Easter Egg gefunden in diesem Spiel außer auf Körben also der Planet ist riesig der Mond ist riesig wie will man da jemals was finden außer durch Zufall wenn man nicht nachschaut vielleicht ist es auch so gedacht dass die Leute auf der Welt irgendwie durch Zufall jeder irgendwann mal das findet und dann online stellen und somit man das weiß Moment mal was mach ich denn da die Node ist in einer Stunde und 22 Minuten aber wir können sie jetzt natürlich sofort fliegen ich bin ja auch der Höchste ich weiß auch nicht warum die so verschwindet so hier noch ein bisschen rüber so gefällt mir ganz gut so und dann sieht man eben auch die Biome muss jetzt nicht mehr den Engineer bemühen so oder so wir können Lock Pressure Date nö können wir nichts mehr machen Temperature sowieso nicht was macht der Saft läuft langsam wieder hoch so wir fahren mal die Beinchen aus und richten uns einfach mal Reto Crate aus und warpen auf den Abgrund zu oder was immer das ist es sieht aus wie ein riesen Loch oder wie ein Vulkan da unten Gileads und zwar gehörig also Freunde was war denn das? wir rasen da drauf zu obwohl hier der Map View überhaupt keine Schwierigkeiten angezeigt hat so und wir würden das ich würde es dann einfach so machen ich würde jetzt hier mal landen wir haben nur noch 621 Delta V das verblüfft mich ein bisschen da werden wir das Easter Egg den Kraken der Kraken werden wir leider nicht mehr hier finden und wenn ich hier sehe dass da auch ein Loch ist wäre es ja zu krass wenn man hier durch Gilly durchfliegen könnte da hätte ich auch Lust das wäre natürlich schon cool völlig egal ob es realistisch wäre oder nicht das wäre super super cool ich sehe hier wir brauchen relativ viel Treibstoff noch haben extrem horizontal Geschwindigkeit damit die ich mal aus bremsen werde hier wir müssen da schon noch ein bisschen höher allerdings nicht so viel höher die Sonde hat ganz schön Power so ist es nicht und so ein kleiner Schub den wir vorhin gemacht haben der hat uns auch wirklich richtig gekostet so ich kann leider auch nicht mehr reinzoomen wir werden aber anscheinend wie es aussieht genau über das Loch fliegen jetzt nicht ganz mehr jetzt ist es relativ wo ist Norden wo ist Süden vom Südpol gehen alle Wege nach Norden frage ich mich wie der Navpol da dann funktioniert vor allem ich sehe es nicht ich sehe nichts wir haben eine leichte Rotation wo könnte es sein ist es da hinten vielleicht ich mach mal folgendes ich mach mal folgendes ich kann es echt schlecht sehen ähm echt schlimm glaube ich fliegt da mal hoch es dauert es dauert es geliebt es ist gar nicht so einfach das zu treffen muss ich feststellen muss ich feststellen und jetzt fällt es mir ein ich habe das auch vor eineinhalb Jahren mal versucht das ist gar nicht so einfach liebe Freunde durch diese Rotation und je schneller der sich dreht umso brutaler ist es aber ich mach mal folgendes ich fliege jetzt einfach hier nach Augenmaß Norden wollen wir nicht so fliegen wir da hoch oh oh ich sehe aber wir haben wirklich kaum mehr Delta V ich muss leider abbrechen an dieser Stelle wenn jetzt hier nicht das Loch irgendwo kommt wo ist es wir sind drüber ah wir sind drüber es tut mir leid dass ich es verhackt habe schnell 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 die Horizontalgeschwindigkeit weg damit das heißt hier verhackt haben ich probiere es einfach nochmal mal dass wir hier genau reinfliegen was macht er da er springt er springt schaut den Nuffball an äh ok das war ganz großartig das war ganz großartig wir haben unsere Solar Panels verloren juhu 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 ah das war nubisch es ärgert mich ich dachte wir wären hoch genug wir haben alles verloren es ärgert mich es ärgert mich wir zerstören uns ärgert mich tut mir leid tut mir leid liebe Freunde auf dem auf der Suche nach dem Loch nach dem Loch vom Baumeister Bob ist dem Spieler nach zwei Stunden Aufnahme mit kurzer Unterbrechung dann doch ein bisschen die Aufmerksamkeit in den Keller geraten was einem auch mal auf so einem dämlichen Planeten mal passieren kann oder Mond wie auch immer und wir haben unseren Contract erfüllt das war es dann aber auch schon es ärgert mich und hier sieht man es hier sieht man es wir waren gar nicht weit weg und es ist anscheinend ein Glitch denn ich kann hier beim besten Willen nichts erkennen das heißt wir haben völlig umsonst gesucht vielleicht kennt ihr das schließ mal hier bitte vielleicht kennt ihr ja das ärgerlich ja ich verabschiede mich bedanke mich fürs zuschauen was ist das wir haben natürlich auch naja gut wir haben immerhin gelandet on surface wir hauen hier uns ins Space Center ich verabschiede mich an dieser Stelle fürs zuschauen ich hab ein bisschen ich hab ein bisschen Hals jetzt muss ich ganz ehrlich sagen trotzdem wenn es euch gefallen hat Daumen hoch bitte wir haben 528 Science können wir die sinnvoll irgendwie einsetzen 160 300 für die großen Tanks bringt uns wie gesagt gar nichts wenn wir hier diese großen Engines nicht haben und Seat Shield wäre natürlich eine Option ich glaube ich hätte ganz gern das hier hilft ja nichts wir schalten es frei wir brauchen es und jetzt müssen wir erstmal noch upgraden bis wir da überhaupt hinkommen um die Ion Propulsion freizuschalten 550 das sollte unser nächstes Ziel sein 550 das heißt über 300 da ist das Viech es ist nur eine Fliege über 300 Science die muss uns der Jet beschaffen allerdings in der nächsten Folge vielen Dank fürs Zusehen Ciao